Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in seinem neuen Livestream Angeschwitzt und Ungeduscht. Ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit euch, freue mich auf eure Fragen, freue mich auf alle Zuschauer, Zuschauerinnen, die mit eingeschaltet haben an diesem Montagabend. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Bei mir war dem so. Ich freue mich eigentlich immer auf den Montag. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nicht so diesen normalen Wochenendrhythmus, weil ich am Wochenende trotzdem irgendwie viel trainieren muss und dann am Sonntag viel arbeite, um Trainingspläne zu schreiben und so weiter und so fort. Aber trotzdem, Montag ist immer irgendwie gut, finde ich. Ich weiß nicht, wie geht es euch? Könnt ihr mal in den Chat schreiben, ob ihr eher so sagt, okay, am Montag freue ich mich am meisten eigentlich auf den Freitag oder ob es eigentlich geht. Genau, lasst mich gerne auch mal wissen, von wo ihr gerade zuschaut und dann würde ich sagen, ohne größere Umschweife starten wir direkt in den Hauptpart dieses Livestreams, nämlich in das Training meiner letzten Woche, denn ich denke, oder ja, genau deswegen sind wir hier. Das ist irgendwie so der Hauptpunkt, den wir hier zu besprechen haben. Wir gehen das Ganze von hinten mal an und schauen zuerst hier ganz rechts drüben im Stream auf die Gesamtdauer, die auch immer noch nicht crazy hoch ist mit 19,5 Stunden, 19 Stunden 25, aber jetzt im Laufe der Zeit macht sich schon so eine allgemeine Ermüdung breit, muss ich sagen. Wir scrollen nochmal ganz kurz hoch. Die Woche davor waren knapp 19 Stunden, die Woche davor war weniger, da war ich auch zwei Tage oder eigentlich drei Tage sehr wenig beschäftigt durch die Leistungsdiagnostik. Aber jetzt auf jeden Fall die zweite qualitativ ganz anspruchsvolle Woche in den Beinen und auch in den Armen. Ihr könnt es hier sehen, 23 Kilometer bin ich geschwommen, auf dem Fahrrad saß ich für neuneinhalb Stunden, gelaufen bin ich zwei Stunden 51 und 39,6 Kilometer. Also auch da mit dem Laufen sind wir nach wie vor sehr vorsichtig, aber wir kommen ganz gut voran, auch in der Physio. Die Woche war so aufgebaut, dass ich dreimal in der Woche auf dem Rad auch hart gefahren bin. Montag, Mittwoch und Freitag. Jedes Mal ein bisschen was anderes, teilweise relativ ähnlich. Am Montag bin ich dreimal 10x 40,20 gefahren und das war schon auf der harten Seite, muss ich sagen. Die 30,30er konnte ich wirklich sehr gut bei, Achtung, ich sage jetzt extra, auf Swift eingestellt, 430 Watt anfahren. Das ging bei den 40,20ern nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dann angefahren bin. Super, ich habe es auch nicht kommentiert im Nachhinein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 420, 425 Watt gefahren bin. Also das ging schon, aber diese blöden 10 Sekunden mehr. Also man denkt sich ja irgendwie, wenn man diese 30,30er gut fahren kann und so, da ging es mir eigentlich ganz gut. Naja, die 10 Sekunden mehr oder weniger, die kriege ich dann auch noch hin. Kriegt man auch, aber es ist schon ganz schön schmerzhaft dann. Genau, dann war ich laufen am Montag noch und schwimmen. Schwimmen insgesamt wirklich für mich viel, also 23 Kilometer. Ich bin auch jeden Tag bis auf Samstag schwimmen gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Also da haben wir wirklich eine sehr solide Grundlage gehabt oder bauen uns gerade da eine sehr solide Grundlage auf. Dann am Dienstag Fatmax Wechsel. Diejenigen, die die Trainingspläne von der Triathlon-Crew oder die bei Pro-Athletes trainieren, kennen das sicherlich. Das sind immer so 3-Minuten-Blöcke, die dann in 4 Stufen nach oben gehen, dann wieder runter, nach oben und so ein bisschen abwechslungsreicher. Man kann in verschiedenen Bereichen das Fatmax trainieren. Und ich finde auch so, diese knapp 2 Stunden gehen deutlich schneller rum, wenn das Training so ein bisschen mehr Struktur hat als jetzt irgendwie nur 2 Stunden Fatmax oder 2 Stunden Fatmax im oberen Bereich wäre für mich auch wirklich schon ziemlich anstrengend. Und dann am Dienstag wieder schwimmen. Ich bin allerdings gleich in der Früh erstmal beim Physio gewesen, so auch morgen dann wieder. Dienstag und Donnerstag sind die Tage, wo ich bei der Physio bin im Moment. Mittwoch ein recht voller Tag. Meine Dauerläufe mache ich im Moment alle relativ locker. Der war jetzt hier 4.10 Pace. Schauen wir doch mal ganz kurz die Dauerläufe durch. 4.18 Pace. Und hier war ich schneller. 4.11 Pace. Da hatte ich aber ein paar schnellere Kilometer mit drinnen. Jetzt wird es hier natürlich völlig den Faden verloren im Stream. Hier ist man 3.55 Kilometer. Aber die seht ihr jetzt nicht gerade. Sorry. Ich ziehe mich mal hier. Upsa. Ich ziehe mich eben mal hier rüber. So. 1, 2, 3. On the fly. Genau. Also jetzt könnt ihr nämlich hier die Kilometer auch sehen. Da habe ich also echt eine schöne Runde. Erstmal im Wald die ganze Zeit hochgelaufen. Wir können das Höhenprofil mal noch anzeigen. Oh, da ging es richtig hoch. Genau. Und dann alles wieder runter. Dementsprechend war es dann hinten raus ein bisschen schneller. Hier mal 3.51. 3.52. Und dann hier wieder am Ende ganz. Warum war ich denn da so langsam? 4.35. Das ist unrealistisch. Das stimmt irgendwas nicht. Aber das seht ihr auch da. Hier 4.35. Und da wird der Kilometer rausgenommen an der 3.57. Da stand ich an der Ampel. Da stand ich an der Ampel. Das war es gewesen. Deswegen ein bisschen komisch. Also unter dem Strich 4.11. Pace. Also ihr seht kein einziges Mal irgendwie. Und hier dann mit Technikfotos. Da war es eh dann 4.39 Average. Alles ganz easy. Mittwoch also. Um wieder so ein bisschen die Spur zurückzufinden. Sorry für den kleinen Ausflug. Mittwoch dann wieder alle drei Disziplinen. Schwimmen. Radfahren laufen. Und die Trainingseinheit hatte ich deutlich, deutlich schlimmer befürchtet. Aber es ging dann doch ganz okay. Das hat mich dann mal positiv überrascht. Und zwar war die Aufgabe viermal, Klammer auf, sechsmal 30.30. Und dann direkt nach den 30 Sekunden locker sechs Minuten im Sweetspot zu fahren. Und das waren bei mir dann, ihr seht hier der Bereich, waren 281 bis 314 Watt. Ich bin über 295 Watt gefahren. Und das konnte ich wirklich total gut halten. Also ich glaube, da sieht man auch im Pulsverlauf, dass das dann sehr konstant war. Schauen wir mal ins dritte. In den dritten Teilabschnitt rein. Hier hatte ich dann 180 Puls, als ich aufgehört habe. Mit dem letzten von den sechsmal 30.30 im dritten Block. Und habe dann nach der 30 Sekunden angefangen mit 174 Puls. Und am Ende 175 gehabt. Also das ist wirklich sehr konstant. Auch hier am Anfang irgendwie 171. Dann am Ende 174. Genau. Also die Trainingseinheit, da habe ich gedacht, dass es deutlich, deutlich härter ist. Aber man muss sozusagen, es war schon echt viel Belastungszeit. Also es waren ja dann 48 Minuten. Sechs Minuten bei den 30.30ern. Sechs Minuten Sweetspot. Nach zwölf und das Ganze mal vier. Das hat sich dann schon gezogen irgendwann. Also eine Ermüdung hat sich breit gemacht. Donnerstag ist bei mir immer Ruhetag. Diejenigen, die öfter reinschauen, die wissen es mittlerweile. Die wissen aber auch, dass ich mich am Nachruhetag echt immer irgendwie madig fühle. Oder irgendwie nicht so recht, teilweise mal nicht so gut zurechtkomme. Also was auch am Freitag. Schwimmen war alles okay. Habe ich in der Früh gemacht. Und dann hatte ich fünfmal vier Minuten drauf. Und die viermal vier Minuten letzte Woche. Die gingen noch so easy. Da konnte ich von den anfänglich 365 Watt bis 380 Watt hoch steigern. Fünf Watt von Durchgang zu Durchgang. Ich habe mir gedacht, ja, das kann ich echt gut kontrolliert durchfahren. Also war schon anstrengend easy. Ist natürlich maßlos übertrieben. Aber dieses Mal habe ich beim ersten Mal schon so gelitten. Und wie gesagt, dann nochmal für einen mehr. Das war echt hart. Ich habe ja ein Video drüber gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, kann es gerne machen. Das ist das letzte Video, was ich veröffentlicht hatte. Hatte da auch Laktatwerte genommen. Die Laktatwerte müssen wir jetzt alle mal noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich hatte da 9,6, 8,4 und vor allen Dingen danach so eine halbe Stunde schon im oberen Lidbereich Fatmax 3,9 Millimol pro Liter. Also wir sind da so ein bisschen am Hadern, ob das so stimmt. Ich muss jetzt morgen nochmal so einen Test, jag da die Testflüssigkeit nochmal durch. Und ja, das muss ich mal, also ich habe dann am Samstag auch nochmal, können wir gleich rüberspringen. Freitag waren dann noch 12 Kilometer, 12,5 sogar. Am Samstag dann nochmal Lid bis zur ersten Schwelle. Da habe ich auch nochmal messen sollen. Und dann kam auch schon wieder vier Laktat raus. Okay, das Quatschen. Also im 10-Kilometer-Rennen laufe ich bei vier Laktat ungefähr vorm Endspurt. Also irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Wir testen es morgen nochmal. Und ja, genau. Dann schauen wir mal. Im schlimmsten Fall muss ich es halt nochmal zurücksenden. Und dann mal gucken, wie wir da mit weitermachen. Aber ich denke, das vielleicht auch noch so ein bisschen. Die Bedienung muss man sich auch dran gewöhnen. Aber wie gesagt, eigentlich, wenn der Tropfen Blut drinnen ist und man vorher den Finger gut gemacht hat, dann wird was angezeigt. Und das, was angezeigt ist, sollte dann eigentlich passen. Ist jetzt auch nicht ganz günstig das Gerät. Deswegen ein bisschen ärgerlich an der Stelle. Aber okay. Ja, unterm Strich waren es also leider auch wieder alle Radfahrten, alle fünf Radfahrten auf der Rolle. Ich hoffe, ich drücke mal die Daumen, Leute, dass am Samstag das Draußenfahren möglich ist. Die Einheit vom letzten Samstag, von vorgestern, wäre jetzt draußen auch nicht so gut umsetzbar gewesen. Mit 20 Minuten Lid, dann 10 Minuten ein bisschen zügiger. Da hätte man dann die Gruppe wahrscheinlich auch ein bisschen gesprengt. Genau. Die nächste Woche wird auch nochmal hoch, auf jeden Fall. Da werden auch nochmal drei härtere Einheiten, drei Hit-Einheiten kommen. Heute habe ich schon die erste gemacht. Heute bin ich 13 mal 30, 15 gefahren. Das war auch unangenehm, aber machbar. Machbarer als die Einheit am Freitag. Und dann haben wir schon mal drei gute Wochen hinter uns, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue. Dann, ja, ich weiß nicht, so jetzt, klar, ein bisschen ärgerlich ist es mit dem Laufen noch. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich mich schon, ja, ganz gut angekommen, also ich fühle mich, dass ich so ganz gut angekommen bin. Also die Form steigt schon auf jeden Fall ganz gut an. Eine gewisse Trainingsmüdigkeit macht sich bereit, was auch irgendwie ein gutes Zeichen ist. Und dementsprechend, ja, freue ich mich jetzt irgendwie so in diesen Flow reinzukommen oder reingekommen zu sein, auch nachdem es ja anfangs so ein bisschen holpriger war, der Start, würde ich sagen. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Ich habe da echt viel rumgejammert. Tut mir also auf jeden Fall auch leid an der Stelle. Ich hoffe auch, dass bei euch aber so ist, dass die meisten jetzt dann schon sich eigentlich ganz gut eingegroovt haben und dem Winter trotzen. So, jetzt schauen wir mal in den Chat, was so abgeht bei euch. Guten Abend, David. Grüße zurück nach Frankfurt. Fritz sagt Servus. Servus, Fritz. Grüße nach Hannover. Liebe Grüße nach Lübeck. Grüßt euch. Kofi angespitzt. Weiß ich nicht, meine Nase, die ist immer noch so spitz. Die muss ich nicht anspitzen. Grüße aus Dublin. Marius, ja, zurück. Die Grüße natürlich. Lukas halt fragt, wie duschst du an Trainingstagen? Das ist lustig. Also die Frage ist ja durchaus berechtigt. Und die Frage nach dem, wie oft ich dusche und ob ich nach jeder Trainingseinheit dusche, ist wirklich eine der am häufig gestellten, gestelltesten, gestelltesten Fragen hier auf dem Kanal, würde ich sagen. Nur noch getoppt, glaube ich, von dem, was ich noch nebenher mache und so Ernährungsthemen. Also, die meisten meiner Trainingstage, habt ihr ja gerade gesehen, beginnen eigentlich im Schwimmbad. Das heißt, danach muss man irgendwie duschen. Danach dusche ich auch meistens mit irgendwie Seife, um das Chlor wegzubekommen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es extrem chlorhaltig ist. Das Wasser, aber man merkt es einfach irgendwie, trockene Haut und blablabla. Also genau, in der Früh dann meistens auch mit Seife. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie viel Platz oder wie viel Zeit zwischen der zweiten und der dritten Einheit ist. Heute war es so, dass ich, glaube ich, um 17.44 Uhr ungefähr war oder 17.30 Uhr war ich mit meiner Radeinheit fertig. Dann habe ich mir was Trockenes angezogen, aber direkt, also trockene Laufsachen angezogen und bin dann eine Dreiviertelstunde später laufen gegangen. Und ja, dann kommt es auch ein bisschen darauf an. Also jetzt, wenn ich irgendwie nachts geschwitzt bin und mir was anderes anziehe und dann eine Stunde später laufen gehe, sowas mache ich eigentlich schon meistens, aber wenn es länger als eine Stunde ist, dann gerade nach der Rolle, wenn man so mega geschwitzt hat, ist schon so, dass ich dann auch schnell unter die Dusche springe. Aber ich würde sagen, ich kann sehr schnell duschen mittlerweile. Also es ist halt dann auch eine Sache irgendwie von einer Minute oder so. Genau, also das ist schon mal so die erste Frage für heute beantwortet. Haut gerne eure Fragen noch in die Kommentare. Ich schaue mal, wie viele wir bis 17.30 Uhr durchbekommen. Zyklo sagt Servus aus Fürth. Dann sage ich Servus zurück. Jakob Seiler scheint Probleme mit dem Montag zu haben, denn er konnte mir hier nicht so zustimmen, habe ich das Gefühl mit dem Montag als guten Tag. Oh, Fritz hat bemerkt, ja bei mir im Trainingsprogramm, im Trainingsplan waren zwei Trainingseinheiten gelb, aber gelb heißt in dem Fall, dass sie zu lang waren. Soll er länger als geplant, sagen wir es mal so. Liebe Grüße zurück, Florenz, Raikarpi. So, jetzt kommen wir in die Fragen. Also gut, ich lese einfach mal vor und beantworte dann. Mich würde interessieren, ob nicht die V2 Max, sorry, V2 Max, IES 4020 oder 3015 nicht zusätzlich zur Erhöhung der V2 Max auch auf eine Erhöhung der VLA Max einwirken wahrscheinlich. Ja, genau. Also mit der Erhöhung der V2 Max geht halt die VLA Max auch mit hoch. Aber das ist jetzt ja dann erstmal gar kein Problem, denn wenn wir dann die hohe V2 Max haben, also den Motor gut gebaut haben, kann man dann sich dran machen und die VLA Max wieder zu senken und natürlich in der Hoffnung, möglichst wenig von der V2 Max zu verlieren. Das ist ja irgendwie so die Kunst eines Trainers dann. Das hat der Sebastian Zeller bisher sehr gut umgesetzt. Also von daher scheint das zu klappen. Labbert Nick. Labbert Nick. Hi, eine Frage zu deiner Achillesszene. Kannst du erzählen, was du beim Physio so machst und vielleicht auch was das dann jeweils bezwecken soll? Ärgere mich gerade selber mit Problemen rum. Ich habe, wir haben angefangen einfach mit manueller Therapie. Wir schauen immer drauf, dass die Wade locker ist und dann machen wir Wadenheben. Mittlerweile auch echt mit viel Gewichten. Letzte Woche 80 Kilo. Acht Stück. Langsam. Anfangs auch viel exzentrische Übungen. Alles sehr kontrolliert. Auch alles immer unter genauer Beobachtung, um die Muskulatur außenrum zu stärken, aber auch um der Sehne einen gewissen, die Sehne einen gewissen Load auszusetzen. Genau. Und dann kommen noch andere Kräftigungsübungen mit dazu. Aber im Prinzip ist fast jede Übung, die wir machen, besteht aus der Bewegung, die man beim Wadenheben hat. Genau. Also man sieht auch, mega krass an meinem Physio, ein Foto gemacht mal von meinem Waden von hinten, dass auf der linken Seite der Soleusmuskel deutlich, deutlich weniger ausgeprägt ist, als auf der rechten Seite. Und das kann unter anderem ein Anzeichen dann sein, dass die Seite einfach ein bisschen anfälliger ist. So, heute hatte ich Leistungsdiagnostik gehabt. Also ich schreibe Christoph Andreas Wolfsöck. So, heute hatte ich Leistungsdiagnostik gehabt und meine Laktatwerte sind echt mies. Was kann man machen dagegen? Naja, also bei der Leistungsdiagnostik hat ja vielleicht dann entweder die Person, die die Diagnostik durchgeführt hat, sollte eigentlich dazu was sagen. Oder der Trainer dann so ins Blaue rein. Kann man sagen, so blöd wie es klingt, trainieren ist dann auf jeden Fall gut. Und dann kommt es halt drauf an, was mies ist. Genau, aber Training hilft in aller Regel. Andi T. Schick, Grüße aus Speyer. Und danke für den Tipp letzte Woche bezüglich Mittelfußlauf. Heute hatte er Hügelläufe nach Sebastian Zellerplan. Gute Einheit, sehr gut. Das freut mich. Daumen hoch. Hügelläufe mache ich auch total gerne. Jetzt aber erstmal nicht, weil die sind für die Sehne schon echt sehr beleistend. Wie schreibt es, Feli, was ist noch was neben dem Triathlon? Ich mache nur YouTube-Videos hier, den ganzen Tag Livestream. Genau, Fritz stellt die Frage, wie ich mich ernähre. Sehr gut, haben wir die Lustigen auch abgehabt. Weiter geht's. Ach, angespitzt und ungut, verstanden, alles klar. Florence Litzkowitsch. Litzkowitsch, fährst du deinen Karbonrahmen auf der Rolle? Direkt, Andriam, scheinbar sehr umstrittenes Thema. Manche meinen, der Rahmen kann reißen, gerade wenn man in den Wiegetrick geht. Ja, und es war ja auch mega, irgendwie das Buhai, als ich glaube Canon letztes Jahr das erste Mal über eines ihrer Rahmenmodelle gesagt hat, das kann man auch auf der Rolle fahren, also sozusagen freigegeben hat für die Rolle. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bei den meisten Anbietern darauf explizit hingewiesen wird, dass es nicht dafür gedacht ist. Aber ja, ich fahre trotzdem meinen Karbonrahmen da drauf. Aber ich fahre so gut wie nie im Wiegetritt. Ja, genau. Also, und ich achte schon auch drauf, also was ich jetzt zum Beispiel nicht mache, ich gehe jetzt nicht in Unterlenker und Sprinte halt wie beim Ortsschild Sprint oder was man halt so macht, ne, auf der Straße. Also, das mache ich nicht. Wenn ich mal in Wiegetritt gehe, dann ist es auch wirklich sehr mit den Beinen, mit den Knien nah am Rahmen entlang, dass ich nicht so diese extreme seitliche Verwringung habe. Und ich habe den Tax Neo, da ist es auch so, dass der hinten ein bisschen, ach hier ist die Kamera, dass der hinten, wenn ich auch ein bisschen unruhig werde im Oberkörper, dann neigt sich der ja auch immer ein bisschen mit. Also, das ist jetzt nicht so mega starr. Aber ja, es wird bestimmt schon vorgekommen sein, dass es da irgendwie kaputt gegangen sind. Rahmen, toi, 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 hier bisher alles sauber. So, nächste Frage von ApoNax. Mal eine für mich bisher ungeklärte Frage, aber was machst du hauptberuflich? Weil bei der ganzen Zeit, die du hast, für einen normalen Arbeitsalltag, ja keine Zeit mehr. Ja, genau. Also, genau, der Großteil meiner Wochenzeit geht ins Training. Dann der zweitgrößte Teil geht in die Betreuung unseres Kindes. Und dann geht noch ein großer Teil darauf, dass ich Trainingspläne schreibe. Also, ich bin auch selber Coach für Athleten und Athletinnen. Und dann mache ich hin und wieder noch Videoproduktionen für kleinere Firmen. Und dann natürlich die Produktion meiner Videos, die auch sehr zeitaufwendig sind und leider im Moment ein bisschen zu kurz kommen. Shame on me. Genau. Und dann ist es die Woche auch. Kriegt man irgendwie auch um. Lukas Strumpf fragt, bietest du nur Coachings für Triathleten und Läufer an oder auch für Radsportler? Ja, hauptsächlich der Fokus auf Triathleten und Laufen, weil da definitiv meine Expertise auch am größten ist. Aber Lukas, du kannst mir gerne einfach eine Mail schreiben an coaching.felixhenschel.de und dann können wir mal miteinander sprechen und schauen, ob wir zusammenkommen. ATP-Kompressor, schick Grüße aus Berlin. Wünsche dir, dass du den Blog schön durchziehen kannst. Jawohl, ACP-Kompressor, vielen Dank. Grüße zurück, wenn ich die Woche geschafft habe. Und heute ist ja schon die erste Hit-Einheit sozusagen abgehakt. Genau, da mache ich drei Kreuze und bin sehr zufrieden. Ich denke, da habe ich echt schon wieder einen guten Blot gesetzt. Dann eine Woche durchschnaufen, Weihnachten und dann geht es auf in den nächsten Blog. Ich habe Lust, aber ich muss sagen, ich bin echt motiviert. Also Training macht Spaß im Moment. Simon P. Aus welchem Grund laden Profi-Triathleten dich eingeschlossen, ihre Schwimmeinheiten? Meistens nicht auf Strava hoch, weil ich sie einfach nicht mit der Uhr tracke. Also extrem selten, zu 99 Prozent schwimme ich halt nicht mit der Uhr, sondern schwimme einfach. Also wir haben halt am Beckenrand so eine Schwimmuhr und dann muss ich die Uhr nicht am Handgelenk tragen und kann das ohne machen. Genau. Und ansonsten, wenn ich irgendwie frei Wasser schwimme oder so, dann habe ich diese auch immer eigentlich ganz normal hochgeladen. Außer ich bin mal so schnell gewesen, dass ich es dann wieder runtergenommen habe, dass meine Gegner nicht irgendwie denken, ich kann jetzt plötzlich auch noch schwimmen. Dann wäre es ja richtig dramatisch. Zyklum, mich würde Folgendes interessieren. Wenn du alle vier Tage Nachtschicht arbeiten müsstest, um Gottes Willen, wann würdest du deine intensiven Einheiten machen? Wegen der besten Regeneration. Wenn es alle vier Tage ist, dann würde ich eine Nacht nach der Nachtschicht normal schlafen. Dann die Einheit machen, dann hast du ja noch eine normale Nacht. Und dann hast du die nächste Nacht, die Nachtschicht. Also ich würde sozusagen den Tag nehmen, der am weitesten weg ist von der Nachtschicht. Genau. Ein Athlet, den ich trainiere, Mario, ist bei der Polizei auch schon ganz lang und war auch in verschiedenen Stationen und Einsatzgruppen und so weiter und so fort. Und da haben wir das Problem, in Anführungsstrichen, immer die Herausforderung auch immer wieder. Und ja, genau, das kriegt man dann schon irgendwie unter. Aber da muss man dann schon auch sehr spontan und individuell entscheiden, wann was geht und wann nicht. Es ist ja jetzt auch nicht jede harte Einheit gleich anstrengend. Genau, also es gibt ja auch manchmal Sessions, die schon fordernd sind, aber wo man sich auch mental vielleicht nicht so fertig machen muss, weil es eigentlich ganz gut umsetzbar ist. Und dann gibt es Sachen, wo man sich vielleicht vorher irgendwie in die Hose macht, weil es mega anstrengend auf dem Blatt ausschaut. Und man braucht auch wirklich viel Energie, man braucht viel Schlaf danach, um sich auch mental wieder zu erholen. Genau, ich glaube, das ist dann einfach auch noch ein bisschen tagesabhängig. Eastlander fragt, machst du im Winter ab und zu auch Langlauf oder Mountainbike? Also ich besitze kein Mountainbike, deswegen fällt es raus. Und Langlauf, nee, auch nicht. Wir mit Susanne waren wir, glaube ich, vor zwei Jahren mal. Hier im Fichtengebirge gibt es einen Skiort oder so einen Skiberg, der heißt Ochsenkopf. Da fahren viele, die irgendwie so Ausdauersport machen, hier aus Bamberg immer mal wieder hin. Aber ich kann die Technik nicht gut. Das hat schon was. Das war schon auch ein cooler Tag, wo wir das mal gemacht haben. Also man kann sich hier Ski auch relativ günstig ausleihen, aber in der Summe kommt dann doch da auch ein bisschen was ran. Und wenn man sich halt dann überlegt, man fährt halt locker eineinviertel Stunde, hätte ich gesagt, Haustür zu Haustür oder Haustür zu Parkplatz, bis man an der Läupe ist, das gleiche wieder zurück. Dann ist man schon irgendwie bei zweieinhalb Stunden Autositzen für, keine Ahnung, zwei, drei Stunden Training. Muss ich dann zugeben, dann freue ich mich dann doch auch, wenn ich nach zweieinhalb Stunden von der Rolle steigen kann oder hier vor die Haustürrolle mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad von der Runde auf der Straße und dann mich an den Kaffeetisch setzen kann oder einen Mittagsschlaf machen kann und nicht noch zusätzlich irgendwie dann zweieinhalb Stunden im Auto sitzen. Aber klar, es ist irgendwie eine coole Abwechslung. Ich kann auch alle verstehen, ich glaube jetzt, die Gruppe um Philipp Seib sind auch in St. Moritz, also Laura Philipp, Sebastian Kiel etc. und fahren da viel Langlauf. Ich weiß, dass der Andi Dreitz auch viel Langlauf mäßig macht. Aber ja, wie gesagt, mich hat es bisher noch nicht, ja, mich hat es auch nicht so mega gereizt. Außerdem, ich bin nicht so der Winterfan, da ist es dann auch kalt und das ist irgendwie auch, ja, nervig. Beutel-Uwe, wirst du nochmal an einem reinen Laufwettbewerb teilnehmen, zur Vorbereitung 10 Kilometer Zeit zu verbessern? Ja, das ist eigentlich der Plan gewesen. Ich wollte eigentlich die Sub-30 angreifen im Frühjahr. Jetzt mit der ganzen Sehnen-Problematik, Dramatik hätte ich beinahe gesagt, Problematik. Muss ich mal ein bisschen gucken oder müssen wir mal ein bisschen gucken, was da noch realistisch umsetzbar ist und ja, was wir noch machen können. Ja, mal gucken, schauen wir mal. Aber eigentlich will ich schon nochmal, wie gesagt, 10 Kilometer Zeit verbessern und ich glaube auch irgendwann, wenn ich so die Leistungssportkarriere so richtig beende, dann werde ich mich auch wieder vermehrt für so Laufwettbewerbe oder sowas vielleicht vorbereiten. Aber dann einfach so, um fit zu bleiben, weil es einfach weniger zeitintensiv ist. Ulrich Lange schreibt, Grüße aus Goslar, Harz. Grüße zurück. Solltest du wieder in Rot starten, werde ich anreisen, um dich anzufeuern. Das freut mich zu hören. Dann wäre schon mal mindestens ein Fan an der Strecke oder ein Supporter. Das ist gut, das freut mich. Alexander Hostes fragt, wo bringst du denn noch Athletiktraining unter? Ja, im Moment ist mehr Athletiktraining als die Physio nicht nötig, weil es fordernd genug ist und die andere Sache, also Athletiktraining ist eigentlich kein Problem, weil ich glaube, man muss da nicht mehr als 15 Minuten am Stück machen. Also wenn man das gut durchtakte, dann kann man in 15 bis 20 Minuten schon sehr viel machen. Ich erreiche da für mich den meisten Benefit Medizinballtraining, Medizinballwürfen und da habe ich so eine Routine, da brauche ich, wie gesagt, 15 bis 20 Minuten, kurze Erwärmung davor, Schwunggymnastik, Schultern locker machen. Ja, und dann ist es eigentlich kein Stress, das dann noch unterzubekommen. Jakob Seiler fragt, wie bekommst du Familie und Training unter einen Hut? Ja, gute Frage. Wir teilen uns das, denke ich, ganz gut auf. Also ich habe kein Problem damit, früh aufzustehen und stehe dann so früh auf, dass ich mit der Schwimmeinheit bis um 8 Uhr fertig bin und dann treffen wir uns hier zum Frühstück und dann drei Tagen in der Woche geht dann meine Partnerin auf die Arbeit und ich passe auf unseren Nachwuchs auf. Und dann an den anderen Tagen ist es halt andersrum an den Tagen, dann habe ich dann auch meist ein bisschen mehr Training oder muss selber arbeiten am Schreibtisch. Und genau so bekommt man das dann unter einen Hut. Wadenheben im Sitzen oder im Stehen? Wadenheben im Stehen. Ja, Steffen Schmitz. Sorry, falls die Frage schon mal kam, aber machst du was zur Förderung der Regeneration? Massagegun, ja, Blackroll, ja, denen, ja, alles in Maßen und vor allen Dingen dann, wenn irgendwie Probleme aufkommen oder sich anbahnen und ansonsten wichtigste Maßnahme der Regeneration ist auf jeden Fall Schlafen. Und ich würde sagen, da bin ich schon ganz okay, dass ich früh ins Bett gehe. Also länger als bis 22 Uhr schaffe ich es eigentlich meistens nicht auf dem Sofa. Und ab halb 10 ist mit mir eh nichts mehr anzufangen, dann kann ich auch ins Bett gehen. Genau, also das ist wirklich so die Sache, auf die ich achte. Und das merke ich auch sofort, wenn ich mal zwei, drei Tage habe, wo ich irgendwie um 11 erst ins Bett gegangen bin und trotzdem irgendwie um 6 oder kurz vor, kurz nach 6 aufstehen muss. Das, ah, vergiss es also, das ist dann wirklich, merke ich dann sofort. Heute war es gut, heute war ich so, ah, bin im Bett gelegen und dann, vielleicht kennt ihr das, wenn man das Gefühl hat, ach, jetzt könnte es sein, dass ich den Wecker vergessen habe zu stellen und es ist schon 7 Uhr. Und um 6.30 Uhr mache ich das Schwimmbad auf, also wenn ich um 7 Uhr erst aufgestanden wäre, dann hätte ich nicht mehr Schwimmen gehen brauchen. Dann war es Viertel vor 6 und ich konnte in aller Ruhe vorm Wecker aufstehen und habe mich aber schon eigentlich recht vital gefühlt. Also das ist sehr optimistisch oder sehr positiv gewesen heute früh. Holeshot auf dem Rad. Alle wie viele Minuten musst du dein Gesäß entlasten? Wenn überhaupt, gibt es einen Unterschied, ob drin oder raus? Oh, gute Frage. Also heute bei der Stunde 42 in der Zeit von Aufwärmen und Intervalle fahren, das hat eine gute Stunde gedauert, eigentlich kein einziges Mal, weil ich irgendwie so abgelenkt auch bin und dann, ich finde auch, wenn man mit Druck fährt auf dem Pedal, dann ist es sowieso kein Problem. Genau, dann bin ich halt noch eine halbe Stunde Litt gefahren, also 210 Watt, recht locker. Da bin ich dann schon mal, wie gesagt, auch aus dem Sattel gegangen, keine Ahnung, vielleicht eine Viertelstunde einmal. Und draußen, draußen ist es irgendwie, finde ich, gar nicht so ein Problem, weil hier in der Gegend, wo wir fahren, meistens so viele Höhenmeter sind, dass man immer eh mal aufstehen kann und den Po mal kurz, warte, wie hast du geschrieben? Lüften, lüften? Ne, lüften will ja nicht passen, entspannen, ach, keine Ahnung, entlasten, sowas. Jan Kuntler, coachst du eigentlich noch Chemischschreiber? Ja, die coach ich noch. Carol, oder Carol Andruschritt, was, Tech? Verstehe ich nicht. Fairbafakt, Juris, deine FDP, so 335 Watt. Christoph, unterstrich 1988, was sagst du zu Alina Rehs Performance in Dublin gestern? Falls du es gesehen hast, ja, Alina Reh, deutsche Langstreckenläuferin, ist Dritte geworden bei Cross-Europameisterschaften. Auf jeden Fall krass. Glaube, ich hätte auch niemand gedacht, dass sie vor Coco, also Konstanze Klosterheifen ist. Auf jeden Fall crazy. Werde ich mit Max Torbett morgen bei einer Aufnahme für den Auslaufen-Podcast besprechen. Und die sollte dann am Mittwoch, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, auch online gehen. Ziclo, ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, kriegst ab so einem schlechten Schlaf. Ja, okay. Ja, ein Kuntler verschreckt, du musst halt in Bayreuth wohnen. Da ist die Fahrt ein bisschen kürzer. Das war auch bezogen auf den Berg oder auf die Gegend, wo man Ski langlaufen kann hier in der Gegend. Genau, da liegt Bayreuth ein bisschen besser. Liebe Freunde des Livestreams, es war mir eine Ehre, wieder mit euch ein bisschen Zeit zu verbringen und zu quatschen. Ich habe so das Gefühl, dass es auch, ja wie soll ich das sagen, also es geht ja auch in den ganzen YouTube-Videos und so geht es ja immer irgendwie um mich. Das ist ja also ein bisschen eine egozentrische Geschichte, das ist ja schon, das kann man drehen und wenden, wie man will. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es trotzdem die Möglichkeit gibt, durch diesen Livestream irgendwie so diese Gemeinsamkeit zusammenzubringen, weil das ist ja schon so eine Sache, die mich auch antreibt und über die ich mich auch immer sehr, sehr freue. Wenn ich Menschen, die die Videos gucken, wenn ich diese Person treffe und die sagen, sie wurden irgendwie durch die Videos motiviert, und also geht mir das Herz auf, weil dann irgendwie so die mega, also das ist eigentlich so das größte Kompliment, wenn irgendwie eines meiner Videos jemand motivieren konnte, mit einem Sport anzufangen oder vielleicht nochmal eine zusätzliche Einheit zu machen oder das Training so durchzuziehen, wie es eigentlich geplant war oder wenn es jemand mal zum Lachen gebracht hat. Das freut mich einfach immer mega und da hoffe ich, genau, dass wir da irgendwie in den nächsten Monaten und Jahren gemeinsam zusammen wachsen und an einem Strang ziehen und ja, sportliche Erfolge feiern. Und Misserfolge, ja, muss man halt auch irgendwie verkraften. So schaut es aus. Labatnik, das ist die letzte Frage des Tages und das ist eine gute Frage, machst du noch Mittagsschlaf? Immer, wenn es möglich ist, mache ich noch Mittagsschlaf und das Gute ist, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat, die macht auch immer Mittagsschlaf und zwar sehr, sehr lange, länger als ich Mittagsschlaf machen könnte und da versuche ich mich dann immer anzuschließen. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ja, lasst euch nicht verrückt machen von Weihnachten, steht vor der Tür. Also wer jetzt noch nicht Geschenke, zumindest ein paar Ideen hat, für den wird es eng, da sollte ich mal Gas geben. Also in diesem Sinne, wir sehen uns. Tschüssikowski.